Super coole geschnittene Zwei-Zimmer-Wohnung mit Fahrstuhl und Nessebalkon. Berlin Freeddesign am Melodrom, Hals saniert, schönes Deelen- und Garderobenbereich. Wir gehen gleich erstmal ins große Wohnzimmer oder erste Zimmer mit Westbalkon. Skyler Aschauer, Entschuldigung bitte. Alle auf dem Weg nach Hause. Kleines Fenster zum Balkon, große Balkonzieher natürlich. Schöner Westbalkon. Feuerwerk gibt es in Berlin auch, wie Sie hören. Es war kein Auto da. Da ist der Gemeinschaftsgarten. Toller Westbalkon, super schön. Jetzt mal ein Blick auf den Gemeinschaftsgarten. Dann geht es zurück zum Wohnzimmer. Den Westbalkon. Dann zurück zum Deelen- und Garderobenbereich mit schöner große Kammer. Hier das zweite Zimmer. Natürlich auch westseitig. Schön abends die Sonne mit großen Fenstern. Dann geht es zurück zum Deelen- und Garderoben. Dann hat er den Kaderobenbereich mit Kammer. Dann haben wir ja links den Kaderobenbereich mit Ablage. Dann nehmen wir ja links den Kaderobenbereich mit Ablage. Dann geht es zur Küchenweite, Küchen natürlich auch westseitig, schöne Abendssonne, aus der Küche raus ist wieder der Garderoben-Bereich mit Ablage, dann mal links gegenüber das Wannenbad, dann sind wir durch die Zweizimmerwurlung teilsaniert, auch schon wieder durch, nachdem wir hier im Garderoben-Bereich sind oder Ware mit Kammer. Dankeschön für's Zuschauen, bleib gesund bis nächste Woche und bis zum nächsten Video. Dann noch mal der Fahrstuhl. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, tschüss.